So. Oh Mann, ey. Ich hab bald nichts mehr zu fressen. Okay, ich hab nichts mehr zu fressen. Schön. Ja, komm schon. I need you, wood. Wood, 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 wood. Wood, wood, wood. And I need some apples. I need some apple. A pineapple. Haha. So, da machen wir jetzt mal Knochenmehl draus. Yay. Und dann müsste eigentlich ne Melone wachsen. Melone. Melone. Ja, Apfel. Die letzte Notration. Erde, Holz, Schnee. Was will ich mit Schnee? Warum hab ich so viele Schneewelle gemacht? Ach, genau. Hehe. Äh, hä. Hä? Sauber. Okay, Obsidian. Zu. Was? Lag da gerade noch ein Apfel? Das hab ich nicht gesehen. Ja, Seed, jawohl. Äh, äh. Sapling-Eis ist, ja. Eichen-Satzling. Yay. Nein, weil ich aus dem Eichenbaum kommt ein Trocken-Satzling raus. Okay, da spawnen wir doch ein bisschen viele Creeper. Boah, ich hab doch Inventory-Tricks. What? Nachladen. Zum, zum. Jawohl. Treffer. Und es ist der Distanz. Zum. Schade. Okay. Schnee haben wir ja genug. Boah, irgendwie fehlt mir hier. Ja, eigentlich könnten wir Knochenmehl benutzen. Hallo, um den Baum zu wachsen. Ach, Bullshit. So, setz ich jetzt einfach alle hin. Zum, zum. Klöck, 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 klöck. Klöck, 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 klöck. Wow, da hab ich mich gerade erschrocken. Aber der ist... Wow. Oh mein Gott, das kann ich spinnen. Okay, das wollte ich eigentlich nicht, aber daraus können wir uns dann einen ganzen Bogen bascheln. Meine Phräsen. Form. Lol. Okay. Zum. Pam. Shit, jetzt haben wir keine Pfeile mehr. Come on. Come on, baby. Come on. Everybody needs somebody to love. Somebody to love. Und gleich verbrennen die Viecher. Und das finde ich ziemlich hammer nice. Wow. Ja, es kommt. Wow, geil. Ein Schlag. Und wir haben drei, zwei Pfeile. Okay, gut. Wir brechen nach vorne. Attacke. Für Sparta. Jawohl. Und die Viecher brennen jetzt. Und wenn die was droppen, dann wäre ich denen sehr dankbar dafür. die, 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 die. Tüüüüüü. Wow. Nein, das wollte ich nicht. Aber gut, sei es drum. muss ich halt wieder I'm the I'm the repairer please repair some things good I think no no not you think a shift can think but you don't can think I think that there's many or much there's much much to eat or nothing there's nothing special but that is very very crazy and voila I think so I think so now let's see yeah on the I think so let's look at the Herzenwit back up meine fresse vier hunger habt ihr auch schon mal vier hunger gehabt so und ich glaube jetzt wenn der Schnee hier weg ist den mache ich jetzt mal gesund weg hoffentlich wächst 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 hoffentlich wächst wächst meine fresse hoffentlich wächst dann die Melone da oder beide Melonen das wäre hammer nice weil ohne Melonen verrecken wir und wenn wir verrecken sind wir Marsch aber ich habe so das Gefühl ich sollte den Spawnpoint irgendwo anders machen irgendwo weiter oben dass die dann auf den Boden klatschen und Sachen droppen das wäre das nicht geschickter doch das wäre eigentlich schlauer was das wäre eigentlich viel schlauer ja doch und ich will dass da eine Melone wächst ich bin so dämlich warum wächst da jetzt keine Melone mein Gott hier Licht Licht some lights wisst wisst jetzt was die können mich alle malen ich mache mir jetzt eine Schaufel dafür muss ich erst noch zwei Cobblestone farmen dass ich vier habe weil ich brauche eine neue Pick ach ne brauche ich nicht egal so ich würde mal sagen wir machen so viel Holz zu stöcken so meine fresse ich habe schon so lange kein Minecraft mehr gespielt dann